Ich habe 1,3 Schnitt gehabt und so. Ich war Musterschüler. Diese Welt hat sich mit meiner anderen Welt nicht vereinen lassen. Da gab es auch Situationen, wo ich Prüfungen schnell, schnell fertig schreiben musste, weil ich Probleme hatte an anderen Orten und mit meinem Bruder irgendwelchen Stress klären gehen musste mit Leuten. Wir waren Kinder, die Geld ranschaffen mussten und mit allen möglichen Mitteln. Und dann kam die Drogen ins Spiel, dann kam Gewalt ins Spiel, dann kam die ganze Scheiße ins Spiel.